Liebe Herr Rieser, begrüßen Sie mit mir Nikola Strenger. Sie reitet einen 11 Jahre alten Ponywaller, Golden Lucky Boy. Und hier wohnt es 11 Jahre alt, ein Mischlingsmittel, und hier hört auf den Namen Lucy. Ja, das ist mir helfen, wenn jemand in meinen Bildus sieht, wie ich es muss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das auch? Was ist das? 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 Was ist das?